Hallo, ich bin Christoph und das ist eines meiner elektronischen Blasinstrumente, ein EWI 5000 von Akai. Das EWI 5000 ist wahrscheinlich einer der bekannteren Blaswandler auf dem Markt und hat 100 interne Sounds gespeichert. Du benötigst bei diesem Instrument also nicht unbedingt einen Software-Synthesizer oder einen Hardware-Synthesizer, wenn du mit den internen Sounds zufrieden bist. Damit du einen Eindruck erhältst, wie die Sounds des EWI 5000 klingen, die bereits im Instrument in dieser Soundbibliothek gespeichert sind, habe ich alle 100 Sounds für dieses Video eingespielt, das heisst kurze Soundbeispiele, und zwar in derselben Reihenfolge, wie sie auf dem Instrument gespeichert sind, von 0 bis 99. Einen Link zu einem PDF mit allen 100 Sounds dieses Instruments findest du unten in der Beschreibung zu diesem Video. Falls du Fragen zum EWI 5000 hast bzw. zu den Sounds des EWI 5000, dann lass es mich wissen in den Kommentaren und wenn ich eine Antwort weiss, werde ich es beantworten. Falls du dich für elektronische Blasinstrumente wie dieses EWI 5000 interessierst, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über viele Likes. Und jetzt geht's los! Und jetzt geht's los! Dann! Dann! Anda! Dann! Hallo! Ja! Jusin! Hallo! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.